der kunde rief an beim regen hatte er einen starken rückstau ich vermute der kanal unter den rasen hier hat starke wurzeln durch den baum wenn es stark regnet dort wo jetzt die kamera steht da spritzt das wasser fontänenartig raus werde jetzt aufmachen und erst mal mit der kamera kontrollieren was hier los ist kann ja sein dass das rohr kaputt ist ich kann nur einmal die durch danach bis jetzt alle dreck geht die leitung ist 11 meter entfernt verstopft ziemlich nah am gebäude wird hier irgendwo sein so dass ich stimmen würde dass ich wahrscheinlich unter der rasenfläche bin ich mach jetzt mal hier vorne auf und mal schauen was da passiert das sieht nicht immer richtig geil ist eine offene rinne das sieht schön wir versuchen aber was anderes dann bräuchte er ja nicht runter ist nicht so voll ok und mal die kamera her jetzt will ich mit dem staubsauger den schacht leer laufen leer saugen dann gehe ich sie da rein mal gucken wie da unten angeschlossen ist hier kommen dann muss ich die leitung ziehen weil wir haben ja gesehen da sind so viele pannnadeln drin und noch mal sauber machen ich habe mich jetzt gar nicht alleine getan nein so pause ein bisschen klein ein bisschen klein Ein bisschen Platz habe ich hier ohne. Vielleicht sollte ich hier mit Hochdruck rennen und mal gucken wie weit ich hier unten komme wäre auch noch eine Möglichkeit. Was ich eigentlich will ist mit der Düse bis hier hin, der Bogen nach unten, eventuell Leersaum. Vielleicht kommen wir auch durch. Das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr. Ich bin jetzt ein bisschen mehr. Ich bin jetzt ein bisschen mehr. Deine Zange? Sieht aus wie eine Zange. Na, es hat eine Zange. Die Zange ist abgewogen. Die Zange ist abgewogen. Die Zange ist abgewogen. Die Zange ist abgewogen. so guten scheint sauber zu sein und sich noch mal mit hochdruck drin mal gucken so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk... Das ist ein Doppelbarrel. Das ist ein Doppelbarrel. Das ist ein Doppelbarrel. Ein doppelbarrel, eine Doppelbarrel. Die Pappeln haben den großen Nachteil, dass sie stur sind. Das ist ein uraltes Ding und der macht seinen Weg. Aber leider tut er auch ein bisschen an der Wandung. Guck mal da ran hier, liegt mir mal nicht weg. Und die fräst ein bisschen Licht, die fräst krass, naja, aber das ist einfach nicht. Ah. Nimm uns begottet Licht. Meine Jungs sind schwer begeistert, dass du 10.000 Cent hast, nur weil du in der Arbeit drinst. Hast du abonniert? Noch nicht. Warum nicht? Mach ich. Ich wusste, das war mein Bruder. Hast du abonniert? Ich bin Zwillinge. Aber, aber... Hast du abonniert, darf ich dich filmen? Wenn sie wollen. Hast du abonniert? Nein, nein, noch nicht. Machst du das noch? Ja. Also ich bin beim Kunden, darf ja filmen. Die beiden... Zwillinge? Abonnieren und Daumen hochlassen. Ein was? Daumen hochlassen. Ja, ja, ja. Ich lege den. Lege den ist immer gut. Langsam Hundico, bis zum nächsten行. Daumen hochlassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wenn wir schnell noch die Funde noch mal ran machen, dann sind wir durch. Eine schöne Aktion heute. So stark, die saugte da unten leer. So, da sind wir leerloh. Schön feiern!